Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher im Hain. Wir müssen wieder mit dem Hierophanten sprechen, wir haben uns einen komischen Pilz besorgt. Na, dann brauchen wir uns mal was leckeres zusammen, mein Freund. Hier, ich habe dein Plisoplisam zum Simitum zum Pilz, wie auch immer der heißt. Ich habe die Pilze, die ihr wolltet. Genau das. Ausgezeichnet. Ich werde es dem Trank beimengen und die Vögel losschicken, um ihn zuzustellen. Na dann? Ist das Treffen vereinbart worden? Ja. Wir werden aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Ei, von mir aus. Ihr habt gesagt, wir würden aufbrechen, wenn ich bereit bin. Also, können wir aufbrechen? Meinetwegen. Ich bin bereit. Wir treffen uns auf einer Lichtung. Mein Freund hier kommt auch mit. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wer sind deine Freunde? Ich habe noch nie an der Seite eines Büvern gekämpft. Okay. Interessant. Ich glaube, wenn der uns hilft, könnte das lustig werden. Okay. Ich gehe schon mal am besten da hin, wann man hier geht. Oh, warte, 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 warte. Feuerstelle, Feuerstelle, Feuerstelle. Wo ist die Feuerstelle? Hm? Hm? Weg. Na dann ist er halt weg. Ist mir jetzt auch egal. Puh. Dann gehe ich schon mal. Ich gehe schon mal vorne. Ihr kommt danach. Der sollte mal 32 von den Büvern mitnehmen, ey. Dann müssten wir nichts mehr machen. Wäre viel einfacher. Okay. Hier müssen wir hin. Ins Holzfelderlager. Alles klar. Interessant. Hier ist eine Feuerstelle. Vielleicht sterben die Büvern aber auch. Und ich kann die ausnehmen. Ist ja nur einer. Schade. Jetzt hier an die Holzstelle. Hm? Nö. Ich gehe jetzt einfach direkt da hin, wo ich hin soll. Werd jetzt schon mal speichern. So rein aus Vorsicht. Und dann mal schauen, was da abgehen wird. Aber stimmt. Ne. Wilde, wilde Party. Bin ich echt mal gespannt. Ob da viele jetzt kommen oder nicht. Keine. Oh, hier gibt es mal. Warum muss ich hier zwei Feuerstellen? Wo ist denn der Arsch eigentlich? Der ist noch da am Arsch der Welt. Ganz hinten. Der braucht ja auch mal Ewigkeiten, bis er da ist. Aha. Okay, ich bin an der Lichtung. Ist klar, aber irgendwie. Komm, ich setze mich jetzt neben das Schweinschen hier. Und verteile jetzt meine Talente und warte eine Stunde. Ich hoffe, dann sind die da. Ich glaube, warte mal. Intelligenz brauche ich ja auch, ne? Tja, ja. Schaltet Stufe 4 von Zeichen frei. Wow. Geil. Yeah. Stimmt. Guck mal, ich kann die ganzen Zeichen hier auch noch ein bisschen, ne? Verbessern. Ne, hier nix. Hier habe ich schon alles, okay. Hier auch. Ja, dann mache ich Axi. Was ist denn Axi nochmal? Habe ich vergessen. Irden. Ne, ich nehme mal das hier. Warum kann ich denn die anderen eigentlich... Ach, ist mir egal. So. Dann meditiere mal eine Stunde. Sollte eigentlich reichen. Da habe ich erstmal ein bisschen was verteilt. Und dann müsste der Typ eigentlich auch schon auf der Lichtung sein. Oder... Ach, da hinten. Och, Junge. Ah, da hinten ist er. Steht schon bereit. Wo ist der Wyvern? Weg. Steht aber auch lustig da, wie so ein alter Mann. Haha. Haltet euch bereit. Sie werden bald ankommen. Ich bin von Geburt an bereit. Bereiter kann man gar nicht mehr sein. Verstehst du? Oh, die haben uns umzingelt. Oh. Die haben uns umzingelt. Oh, Junge. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Wann hier los? Was greifst du denn? Achso. Alles gut. Alter, Junge, 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 Junge. Geralt. Geralt, du Pissmongo. Ello, Spaß, Geralt. Macht nichts. Geralt. Hallo? Ah, jetzt greift Geralt auch mal an. Interessant. Juppie, Geralt, dass du auch mal angreifst. Ich bin voll begeistert. Ich bin eh gleich tot. Macht nichts. Ich muss mal abhauen hier. Oh, ich bin aber gleich mies tot, Alter. Los. Schon wieder greift er nicht an. Warum? Warum macht Geralt sowas? Wieso? Warum greift Geralt der kleine Wichsknödel nicht an? Ich verstehe es einfach manchmal nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Steht da wie so ein Mongo da und guckt sich den ganzen Rotz einfach nur an. Ich habe mal irgendwas zu tun. Boah, ey, da kriege ich, da kriege ich, da kriege ich Hals. Sag ich euch. So, jetzt sind wir wieder hier. Ne, warte mal. Boah, jetzt muss ich erstmal den ganzen verburten Weg wieder laufen. Ich muss mich jetzt besser vorbereiten. Ich werde jetzt nochmal die Punkte, muss ich ja eh verteilen. Ich werde dann speichern. Ja. Und dann geht es aber los hier. Dann geht es aber los, sag ich euch. Schnauze voll habe ich jetzt. So, wir nehmen schon mal das Zeichen hier. Und ich die einzeln ausschalten kann, die kleinen Pissen hätten. So, Katze sei ruhig. Sonst muss ich dich verprügeln. Fuck. Da wollte ich gar nicht hin. Hier. Okay, was hatte ich denn jetzt genommen? Scheiße, habe ich vergessen. Ach, ich nehme einfach das wieder. Und ich nehme, glaube ich, hier noch ein bisschen was. Zack. Ne. Zack. Zack. Psst. Machen wir so. Was soll's. Wird schon passen. So. Und dann erst mal den hier. Dann stehen wir auf. Mein lieber Gary. Okay, dann speichern wir nochmal geschwind ab. Was würde ich noch machen? Kann man eigentlich auch beides drüber packen. Also einmal das hier zum Beispiel und dann nochmal Diamantenstaub. Mal gucken. Diamantenstaub auch nochmal drüber. Wie geht das? Ich wollte gerade wissen, ob das geht. Los. Jawohl. Jetzt geht's auf die Fresse. Aber richtig. Ne, oder? Das geht doch nicht. Keine Ahnung. Müsste eigentlich gehen. So, komm. Mach hin. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So, ich bin von Geburt an bereit. Blablabli. Jetzt kommen nämlich die ganzen Mongo-Gegner. Ich habe vergessen, das richtige Schwert auszuwählen. Aber kein Problem. Alter, Geralt macht schon wieder nichts. Alter, ohne Spaß. Manchmal ist Geralt einfach so scheiße. Ey, ich bin gleich schon wieder tot. Geh weg. Alter, mach doch mal was. Guck mal, das ist doch eine Gruppe von Gegnern. Warum kann ich den verkackten Gruppenkampstiel nicht benutzen manchmal? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt hält er mich wenigstens auch mal. Das ist doch mal super. Jetzt macht Geralt schon wieder nichts. Ich raste aus mit dem. Ach, das gibt es doch nicht, ey. Ja, toll. Jetzt, wenn ich tot bin, habe ich wieder Energie. Das ist doch scheiße. Also kannst du echt knicken. Diesen Gruppenkampstil, der ist scheiße. Wahrweise ist Geralt einfach zu blöd dafür. Der greift manchmal einfach nicht an. Obwohl drei oder sechs oder 20 Gegner um mich rumstehen. Ich fiel da keine Gruppe. Das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Da hast du auch keinen Bock drauf, ey. Katze. Katze ist immer noch aktiv. Das ist ja ein Ding. Jetzt, komm. Schleif dein verkacktes Schwert damit. Dann muss ich das anders machen. Dann ist das so. Dann muss ich halt irgendwie das anders versuchen. Dann muss ich halt gucken. Deine Verbündeten aus dem Tierrein. Ganz ehrlich. Dann muss ich halt einzeln gegen alle kämpfen. Das geht nicht anders. Alter, man kann ja richtig weit sehen hier. Kann ich nicht eigentlich ihn einfach kämpfen lassen? Ich meine... Warte mal. Ich kann halt das Silberschwert nehmen. Weißt du, was ich mache? Ich kämpfe gegen ihn hier. Ja, gut. Geralt greift nicht an. Das ist auch super. Das haben wir gern, wenn der Geralt gar nichts macht. Wie immer eigentlich. Ich bin weg. Ganz ehrlich. Ich bin weg. So, greif jetzt an, Geralt. Meine Fresse. Ey, ganz ehrlich. Guck mal, wie viel um mich rumsteht. Warum kann ich nicht damit kämpfen? Ich bin gleich wieder tot. Ich muss darauf hoffen, dass er mich gleich heilt hier. Oder ist der auch zufällig tot? Los, Hierophant. Rette mich. Äh, Hierophant. Oh, der Hierophant liegt da auf dem Boden. Das ist natürlich super. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Geralt macht mal wieder nichts. Das finde ich schon mal super, wenn Geralt gar nichts macht. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich muss woanders hin. Ach, Geralt macht wieder nichts. Ja, Geralt ist wieder tot. Boah, Geralt regt mich einfach nur auf. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Vor allem dieser verkackte Wyvern, ey. Der macht auch nichts. Ich dachte, der hat wenigstens was drauf. Der ist stark. Aber nee, der ist kacke. Einfach nur kacke ist der. Wie soll ich denn das machen, ey? Ohne Spaß. Geralt kämpft nicht in Gruppenangels Dingsbugsmodus. Was soll ich denn da machen? Jetzt mal ohne Witz. Wir machen jetzt gleich den Gruppenkampfstil. Wehen wir direkt aus. Halt die Fresse. Nerv mich nicht. Mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Deine Verbündeten aus dem Tierreich. Wenn ich das schon höre, am Arsch, ey. Was machen die denn? Nichts machen die. Stecken sich ein Popel in die Nase vielleicht. Ja, aber das war es dann auch schon. Los, zieh dein verhurtes Schwert jetzt, Geralt. Ganz ehrlich. Guck mal, wie oft ich schon getroffen werde, ey. Wenn ich die töte. Das ist total dumm. Jetzt mach ich ihn kaputt. Ja, guck mal. Schon voll super wieder. Bin ja jetzt schon wieder halbtot. Scheißdreck hier, weißt du. Jetzt greif doch mal an, Geralt. Hör doch mal auf damit. Das ist zum Kotzen mit dir. Ich bin schon wieder tot. Ey, jetzt kannst du sowas von knicken. Ich kann hier nichts machen. Ich bräuchte da wahrscheinlich eine Bombe oder so. Scheiß, aber sowas will ich mir jetzt nicht bauen. Wenn ich die wenigstens einzeln irgendwie einzeln töten könnte. Aber nein, das geht nicht. Die sind eh immer alle als Gruppe direkt am Start. Da kannst du nichts machen. Da hast du fast keine Chance. Und Feuer ist auch für den Arsch. Das bringt mir überhaupt gar nichts. Ich muss direkt mal hier nach. Fuck you. Alter, nimm doch mal das Scheißschwert. Hör auf, das wegzupacken. Nimm. Das Scheißschwert. Und jetzt habe ich auch aus dem Fenster rausgeklickt. Ach, das ist doch alles Scheiße hier. Nimm das Schwert jetzt, Geralt. So, und jetzt machst du den Gruppenkampfstil. Und jetzt will ich von dir mal was sehen. Und von dir auch, du komischer Hierophant. Halt die Fresse, mach hin. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Mach hin. Die Folge ist nämlich auch demnächst irgendwann vorbei. Wahrscheinlich werden wir den Kampf in dieser Folge gar nicht abschließen können. Weil Geralt einfach zu kacke ist. Hinter uns sind nämlich auch diese Kackviecher. Geralt, setz dein Feuer ein. Renn einfach weg. Ja, ja, ist schon klar. Einen Kampf gibt es doch gerade. Wir sind schon mittendrin schon dabei. Ist schon klar, ne? Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen so im Kreis. Und ich renne wieder weg. Der müsste mich eigentlich nur heilen, der Arsch. Als kann ich nicht mehr wegrennen. Tja, den Gruppenkampfstil, ich kann nichts anderes, außer dem Gruppenkampfstil zu versuchen. Das geht halt nicht. Aber hier, Geralt, der hört manchmal einfach auch zu kämpfen. Da ist schon wieder so weit. So, Feuer, wegrennen. Ich glaube, der... Ah, der ist schon wieder tot, der Arsch. Supi. Juhu. Ne, er ist nicht tot. Er lebt noch, glaube ich. Okay, gegen einen, ja? Ist kein Problem. Einen mache ich kaputt. Ich habe, glaube ich, das falsche Schwert. Kann das sein? Oh, fuck you. Los, setz dein Feuer ein und renn weg. Ich weiß gar nicht. Kann man den Hierophanten eigentlich töten? Das ist aber bestimmt voll der Motherfucker. Okay, ich glaube, der Wyvern ist tot. Oh. Hilfe. Ah, ich glaube, der Wyvern ist tatsächlich tot. Oder? Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Aber er bewegt sich noch. Also, denke ich mal, er lebt auch noch. Warum? Der Wyvern hat es drauf. Oh, oh. Nein, warum ziehe ich die denn ab? Ich will die gar nicht abziehen von denen. Hier. Bam. Verbrennen sie. Diese jämmerlichen Mist gestalten. Sie müssen sterben. Irgendwie beeindruckt die das nicht sonderlich. Schade. Ich glaube, jetzt... Nee, der Wyvern ist immer noch am Leben. Okay. So, hier brennt. Aber ich glaube, der Hierophant ist tot. Das ist ärgerlich. Das ist really, really schade. Und der Wyvern ist scheiße. Der soll mal seine Wut rauslassen. Oh, oh, oh. So, Feuer, 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 Feuer. So. Burnt, Motherfucker. Burnt. Oh, oh. So, der hat hier gerade rumgeschrien wie so ein Mongo. Naja, so siehst du auch schon aus. Wie so ein Zwei-Hälften-Macher. So. Komm schon, greif an. Okay, dann brauchen wir den Kampfstil. Kein Problem. Okay. Dann nehmen wir den Kampfstil. Irgendeiner muss ja funktionieren, ne? Wenn der eine nicht, dann halt der andere. So, er ist schon mal down. Alter, was ist denn hier los? Warum ist denn der wieder da? Habe ich gerade gar nicht gesehen, den Arsch. Das ist voll die coole Taktik. Einfach immer ein bisschen hin und her rennen. Das Ding ist nämlich auch bald tot. So. Und danach können wir dem Wyvern helfen, Alter. Okay, den habe ich irgendwie noch fast gar kein Leben abgezogen. Da traue ich mich jetzt irgendwie gerade nicht zu gucken. Ah, der hat nicht mehr viel. Ah, Hilfe. Okay, Feuer. Bam, einsetzen. Das Problem ist, das Feuer zieht glaube ich auch echt nicht so viel. Aber das ist die einzige Kampftaktik, die ich mir erlauben möchte. Und ich glaube, die wird funktionieren. Oh, oh. Scheiße, wie kann ich das abbauen hier? Einfach hier oben lang. Ich will doch nicht wirklich gegen den Kerl. Ach, der ist schon wieder so ein kacksalamander hinter uns her. Verpisst euch. Wie viel Leben hat denn der noch? Sehe ich gerade nicht. Ich habe Angst. Scheiße, der hat mich getroffen. Tatsächlich getroffen hat er mich. Wie viel Leben hat das Kackfi noch? Ah, noch viel zu viel. Für meinen Geschmack. Komm schon. Let me einsetzen das Feuer. Bam. Burned. Du klein Pisser. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Tot, 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 tot. Oh, guck mal, der Wyvern hat aber die, äh... Ne, hat er nicht. Schade. Ich dachte, die Salamander sind wenigstens tot. Aber nix da. Nix da. So. Irgendwie treffe ich die nicht manchmal. Kann das sein? Ich glaube, ich muss warten, bis die näher vor mir sind. Aber jetzt, äh... Will ich das lieber nicht tun. Oh, die sind hinter mir. Das ist nicht schön. Oh, Mann, ey. Diese Kackviecher. Warum sterbt die nicht einfach? Die sind aber richtig nah hinter mir, ey. Das ist nicht schön. So, hier. Bam. Okay, der ist, glaube ich, tot. Das Ding ist aber noch nicht scheiße. Äh. Was habe ich für ein Schwert? Komm, was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie angreifen, ne? Also versuche ich es jetzt einfach. Wenn ich Glück habe, kann ich... Okay, ich kann es nicht. Fuck you. Wäre ich mal bei dem anderen... Bei der anderen Methode blieben. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich die ganze Kacke wieder von vorne machen, ey. Mann, zudem muss ich hier einen kleinen Kacke machen, weil meine verkackte Festplatte voll ist. Das geht einem doch voll auf. Die Nüsse, wir sehen uns gleich wieder. Dann, ich glaube, zum fünften Mal oder so macht der nix. Bis... Ach, bis gleich. So. Da bin ich dann zurück. Na dann. Supi, supi. Toll ist das alles. Wir machen das jetzt normal. Und ich hoffe, jetzt funktioniert die... Ach, halt die Fresse, mach ich nicht. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Die machen irgendwie auch gar nichts. Kann nur sein. Also, er heilt mich irgendwie nur. Ich muss eh gegen alle kämpfen. Das heißt, ich werde jetzt auch die Taktik weiterhin so verfolgen. Ich werde mich jetzt hier verpissen. Die kommen mir sowieso alle hinterher. Und ich werde die einfach alle in Brand setzen. Mehr werde ich nicht tun. Nö. Wozu sollte ich auch mehr tun? Ich kann sowieso nicht richtig gegen die kämpfen. Ja, ist ja halt einfach mal so. Bin sowieso immer hinter mir her. Von daher, bam, einfach verbrennen die kleinen Pissnelken. Dann kommt noch so ein Vieh, ist schon klar. So, der Hierophant ist, glaube ich, gleich wieder down. Eins, das Einzige, was ich gucken könnte, ist, ob ich einen Trank dabei hätte, der vielleicht das ein bisschen schneller regenerieren lässt. Ist aber sonst nicht. Was soll ich tun, ne? Los, hau rein. Geh weit. Ah, Hilfe. Tja, einen anderen Kampfstil kann ich mir gerade nicht erlauben. Weil dafür bin ich, glaube ich, einfach zu schlecht ausgerüstet. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn diese Kikimuren-Motherfucker weg wären, ey. Wäre das ja schon mal ein schöner Anfang. Alter, ohne Spaß. Was? Ja, genau. Ich mache denen irgendwie gerade überhaupt gar keinen Schaden. Das ist doch scheiße. Einen Schwertkampf brauche ich hier gar nicht versuchen gegen dir, ey. Das sind viel zu viele dafür. Wir müssen clever kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt schon Leben abgezogen habe, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Es könnte sein. Ich würde es aber nicht beschwören wollen. Uh, weg. Ich glaube, der Hierophant ist auf jeden Fall schon mal tot. Der Wyvern ist noch am Start. Das ist toll. Das ist wirklich... Uh, uh, uh. Awesome. Ne, der Hierophant ist auch noch am Start. Los, heil mich. Du Pissnelke. Heil mich. Ah, ne, der Hierophant liegt da so ein bisschen halbtot auf dem Boden. Das ist natürlich blöd. Wenn er halbtot ist. Ja, wobei, halbtot ist natürlich besser als ganz tot. Ha, ha, ha. Scheiße. Oh, fuck, ey. Wie viele das vor allem sind. Ich glaube, so wird der Kampf auch extremst lange dauern. Muss ich mal so sagen. Also, es wäre möglich. So. Warte mal. Komm schon. Dann müsste jetzt einer mal sterben irgendwann. Komm, du da oben stirbst jetzt, oder? Komm, Anna, er stirbt nicht. Verdammt. Nein, Gerard. Nicht umdrehen. Lauf einfach weiter. Doch, einer ist tot. Yeah. Oh, oh. Kikimooon. Kikimooon sind mit dabei. So. Der Nächste, der brennt. Ich glaube, den habe ich gar nicht getroffen. Den Arsch mit der komischen Rüstung. Roland Beinheim ist immer noch am Start. Das ist natürlich blöd. Okay, warte mal. Der eine ist tot. Da kommt so eine Kikimurin-Motherfucker-Scheiß-Dingspunks. Da kann ich leider nicht sehr viel gegen machen. Ja, genau, der trifft mich, ey. Deine Mutter, Junge. Ich habe dir noch nicht ein bisschen Leben abgezogen. Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. So, warte. Jetzt. Ja, du kannst sterben, du Schwein. Was brauche ich denn? Mein Schwert geschmiedet aus seinem roten und zwei blauen Teilen mit ihr. Das dient er mit Maggie-Man schon unwirksam. Und dann... Ha, okay. Wir nehmen jetzt das hier. Wieso lebt denn der Arsch noch? Das kann überhaupt nicht sein, ey. Oh, jetzt habe ich ihn aber gut Leben abgezogen gerade, ne? Nice. Wo sind die? Die sind da hinten. Da sind immer noch genug am Start. Ich muss erst mal gegen die hier bestehen. Wenn die weg sind... Dann kann ich die Kampftechnik hier... Das ist voll die geile Kampftechnik. Die weite ich dann einfach ein bisschen aus auf die anderen. So, okay. Der ist tot. Ist der tot? Der ist immer noch nicht tot. Kann doch nicht sein, ey. Also ein bisschen Schaden muss das Schwert auch bei ihm machen, oder? Irgendwie nicht. Okay, ich bin weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, jetzt stirb doch mal, du Kackkikimoren-Mistvieh, ey. So. Naja. Stirb einfach. Komm. Stirb, stirb, stirb. Das ist tot. Jawohl. Ja, genau. Geh halt, steck einfach dein Schwert weg. So ist gut. Du bist ein Held, echt. So, das Vieh ist auch weg. Jetzt sind noch die da hinten übrig, ne? Allerdings, ganz ehrlich, ich will mal gucken. Haben die Essen dabei? Irgendwas, irgendwas müssen die da dabei haben, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendeiner von euch muss Essen dabei haben. Gebt mir seine Überreste. Ach, nur Geld. Was soll ich denn jetzt mit Geld, ey? Das bringt mir jetzt gar nichts. Die haben echt nichts zu essen dabei, ey. Das ist zum Kotzen mit denen. Kleinen Pissnelken. Naja, gut. Was soll ich tun, ne? Dann geht meine Taktik so weiter. Was soll ich anderes machen? That's my Taktik. Die ist, glaube ich, jetzt nicht sonderlich spannend und auch nicht sonderlich toll. Aber sie funktioniert. Und solange sie funktioniert, werde ich die auch so einsetzen, weil... Ich mach zwei Hälften aus dir. Ja, halt die Fresse, du... In zwei Hälften teiler, du. So, der ist tot. Glaube ich, hoffe ich. Oder? Ja, sieht... Oh, oh. Oh, das Vieh ist klug. Das Vieh ist schon mal klüger als der Typ. Ich weiß nicht, wie viel Leben der noch hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Alter, der hat noch voll viel Leben, der Typ. Vielleicht sollte ich mich erst mal auf das Vieh konzentrieren und den danach töten. Weil ich glaube, das sollte funktionieren. Mit dem Schnellkampfstil. Oder mit dem Schwern, ich hab keine Ahnung. Mit irgendeinem Kampfstil wird das schon funktionieren. So, ey, Mongovieh, komm her. Ja, du... So ist gut, so ist fein. Ja, komm. Bam, ich glaube, das Vieh ist gleich tot. Maximal einmal noch, dann ist das Ding down. Viel Leben dürfte es eigentlich nicht mehr haben. Ich seh's leider nicht, wie viel. Ah, viel ist es nicht. Also, der nächste Angriff mit Feuer bringt mir auf jeden Fall den Sieg über das Teil. Oh, das Ding ist klug. Das ist Vieh zu klug. Wenn ich das mal so sagen dürfte. So, das Ding ist down. Okay, jetzt bist du ein Motherfucker dran. Okay, das funktioniert so nicht. Also, den hier. Das funktioniert auch nicht. Willst du mich verarschen? Gegen den funktioniert irgendwie gar nichts. Ich kann gar nicht kämpfen gegen den. Oder hab ich das falsche Nächste Meteorit, ne? Ach, jetzt geht's auf einmal. Schon klar, ne? So, hier ein bisschen Feuer. Hast du ein bisschen Spaß dabei, Junge? Ist dir warm und so? Komm schon, töte ihn einfach. 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 Jawohl. Warum bin ich halbtot? Ohne Spaß. Das kann überhaupt nicht sein. Hast du Essen bei? Nein, hast du nicht? Scheiße. Warum hat denn der Arsch kein Essen dabei? Ich brauche Essen. Was ist das? Diamantenstaub. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Ich brauche Essen. Ich werde erstmal speichern. Denn ganz fertig bin ich eigentlich noch nicht hier. Dürften noch Gegner sein da hinten, ne? Ich glaube, der Wyvern ist tot. Ich weiß nicht, ob der Hierophant noch lebt. Ich weiß ja nicht, ob man ihn überhaupt töten kann. Kein Plan. Auf jeden Fall sind Salamander noch da. Die ich jetzt töten werde. So. Hilfe. So, komm her. Es geht schnell, mein Freund. Es geht schnell. So, da ist er tot. Den Salamander hatte ich, glaube ich, getroffen. Der ist da hinten. Komm her. Komm her. So, das ist der starke Kampfstil. Den brauche ich gegen dich. Und da bist du down. Boah, alle besiegt. Leck mich an, ey. Ne? Leck mich an, ne? Schamhaare. Ach, guck mal, er schläft eine Runde. Faule Socke, ey. Aufstehen. Ist ja unglaublich mit ihm. Na, jetzt ist es auch wieder vorbei. Alles gut. Ja, weißer Wolf. Der ruht sich da aus, ey. Weißt du? Es ist vorbei. Der Anführer der Salamander ist tot. Wir danken euch und werden stets für euch da sein. Ich kehre zu meinen Brüdern zurück. Passt auf euch auf. Es bleibt da ja einfach liegen, ey. Und ja. Ne, echt. Das finde ich ziemlich frech. Wo ist der Wyvern gestorben? Salamander, bla bla. Okay, hier ist noch irgendwas Salamandamäßiges im Sumpf. Ja, der kann wahrscheinlich auch nicht sterben, wie ich mir dazu denke. Jetzt, ich will erstmal kurz was gucken. Was ist jetzt meine neue Quest? Jetzt muss ich noch Azayavet finden. Bis ich seine Spur wiedergefunden habe, sollte ich mich mit anderen Aufgaben befassen. Also den Rest. Schloss und Schlüssel. Es ist Zeit, zu Leuwarden zurückzukehren. Ich muss ihn mal rausfinden, ob ich mir die Dinges mal bringe. Also ich muss mal ein paar Sachen hier abgeben. Das kann ich auf jeden Fall machen. Oh ja. Kikimora geht nicht. Was habe ich denn gemacht? Gravier. Ne, das nicht. Aber Gongo habe ich. Ich habe auch den Gull-Vertrag. Ne, den habe ich nicht. Ich will zu Kalkstein zurück. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Mal so ein bisschen die Sachen abgeben und dann mal gucken, was wir drin haben. Was immer er macht, er soll weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.